Hallo, ich bin Svante Micara, ich bin DAD-Lektorin hier in Buenos Aires seit 2018. Ich unterrichte deutsche Sprache und Literatur. Ich bin jetzt zum zweiten Mal mit dem Hashtag Junges Mendenetzwerk dabei, das erste Mal in Rosario und jetzt hier in Buenos Aires beim Culture Lab, wo es darum geht, das aktuelle Deutschlandbild gemeinsam mit jungen Argentiniern und Deutschen zu erkunden, zu bearbeiten. Ich finde die Initiative wirklich ganz klasse, denn mal abgesehen davon, dass viele junge Menschen sich hier vernetzen, Brücken bauen, sich treffen, sich inspirieren, es entstehen wohl sehr viele tolle Projekte in verschiedenen Disziplinen von Umweltschutz über Kultur, Gleichstellung Mann und Frau, auch Themen, die hier in Argentinien absolut relevant sind. Gibt es mir zum Beispiel auch die Möglichkeit, mich mit den anderen Trägern zu vernetzen, also zum Beispiel mit der Deutschen Botschaft, mit der ZFA, mit meinen Kollegen hier in Buenos Aires und es entstehen tolle Synergien und deswegen Glückwunsch an die Initiative Hashtag Junges Netzwerk.